Willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es in gewisser Maßen um Spielkarten. Aber nicht um die Karten an sich, sondern mehr um die Pflege. Man möchte natürlich als Zauberkünstler auch, dass seine Karten eine möglichst lange Zeit halten. Und was es da grundlegend zu beachten gibt, darüber wird euch heute der Sufjan mehr berichten. Hallo und herzlich willkommen bei Zauberbox TV. Mein Name ist Zauberbox TV und heute bringe ich euch bei, wie man Kartenspiele öffnet, wie man sich um seine Karten kümmert und im Allgemeinen, wie man dafür sorgt, dass man viel Nutzen aus diesen Karten bekommt, dass sie nicht nach einer Woche vollkommen verschmutzt sind, wenn man direkt in die Tonne kloppen kann. Fangen wir erstmal damit an, wie öffnet man überhaupt so ein Kartenspiel? Nun, das ist relativ einfach. Wir haben hier einmal komplett eine Schutzfolie drum. Hier oben, das ist jetzt nur bei den Rickkarten, ist nochmal so ein Ding drüben dran. Wir haben hier eine kleine Noppe für die Leute, die nämlich das Plastik dran lassen wollen, was nochmal ein guter Schutz ist für eure Karten. Dann lasst das ruhig dran. Ich werde es jetzt in diesem Fall abmachen. Ihr nehmt einfach dieses Ding und versucht möglichst gerade, genau dort es abzumachen, sodass ihr wirklich perfekt hier diese Schutzfolie noch drüben macht. Nun, jetzt habt ihr hier oben das Siegel. Das Breistikirr-Siegel. Viele Leute denken, dass man es vielleicht mit einem Messer aufschneidet und dann die Ecken umklappt. Das sorgt aber eigentlich nichts an. Nur dafür, dass eure Karten schmutzig werden und im Allgemeinen, dass eure Kartenbox total verklebt. Und jedes Mal, dass irgendwie Schmutz vom Sticker, der irgendwie von draußen kleben bleibt, dran kleben bleibt. An den Karten. Und wie ich das löse und wie ich es am besten finde bisher, mal seine Karten aufzumachen, ihr nehmt euch euren Zeigefinger. Ihr braucht keine Nägel dafür. Und das ist jetzt etwas schwer zu sehen, aber ihr brecht hier, ihr geht mit eurem Zeigefinger rein und drückt runter und brecht somit das Siegel. Drückt zu. Und so habt ihr das Siegel vollkommen in Stand gehalten, aber die Box öffnet sich. Der Sticker klebt jetzt hier dran. Und hier haben wir das vollkommen neue Kartenspiel. Und so öffnet man ein neues Kartenspiel. So, ich werde euch jetzt im Allgemeinen gleich nochmal zeigen, wie man sich um seine Karten kümmert und wie man sehr viel Nutzung aus diesen Karten herausbekommt. Und danach werde ich noch kurz darauf eingehen, wie man das Deck einbricht. Also wenn man das gerade geöffnet hat, wie man dafür sorgt, dass die Ecken schön smooth werden, dass man Parallshuffles-Attempts aber damit machen kann. Okay, fangen wir erstmal damit an. Wie kümmert man sich um seine Karten? Es gibt verschiedene Sachen. Ihr müsst verstehen, im Prinzip ist es das Beste für eure Karten, wenn ihr euch vorher mit dem Benutzen die Hände wascht, weil an euren Händen ist sehr viel Schmutz dran. Ich habe es auch gerade gemacht davor. Und ihr werdet jedes Mal, wenn ihr eure Karten anfasst, diesen Schmutz auf eure Karten übertragen. Das ist dann das, was die Ecken so grau macht. Stellt es euch einfach immer vor, wenn ihr auf dem Klo wart, dass alles, was dort übrig geblieben ist, an die Karten kommt. Also lasst es. Lasst euch die Hände. Eine zweite Sache ist, wie das ihr verstehen müsst. Eine Kartenbox übt Druck auf die Karten aus. Das bedeutet, sie drückt die Karten wieder schön zusammen. Ihr könnt ein altes Kartenspiel, was ihr quasi bis zum Gebt nicht mehr benutzt habt und nur noch klumpt, könnt ihr einfach mal für ein paar Monate einfach in einer guten Kartenbox drücken, zusammengepresst, in einem Schrank liegen lassen, an einem nicht so dunklen Ort, an einem nicht so feuchten Ort. Und dann kommt ihr es raus und es ist eigentlich wieder ganz gut. Das liegt daran, dass sich die Karten quasi wieder erholen. Denn was Gift für Karten ist, weil ihr müsst immer bedenken, das ist Pappe, Wasser, Feuchtigkeit oder zu starke Hitze. Das ist Gift für diese Karten. Also bewahrt eure Karten an einem keinen zu feuchten Ort auf und auch keinen zu trockenen Ort auf. Das klingt jetzt ein bisschen doof. Gerade hier in Deutschland ist es so, wir haben hier sehr feuchtes Wetter im Winter, wenn ihr sie draußen liegen lasst. Außerhalb der Box vor allem werden die Karten sich nach oben beugen. Das wollt ihr auf gar keinen Fall. Deswegen, jedes Mal nach dem Nutzen, packt es zurück in die Box. Ihr werdet sehr, sehr lange dieses Deck benutzen können. Eine weitere Möglichkeit, wie ihr eure Karten schützen könnt, ist ein sogenannter Card Guard. Das ist so ein Ding. Im Prinzip, das ist jetzt eine sehr billige Version, aber ein Card Guard ist im Prinzip dafür da, um Druck auf eure Karten auszuüben. Also wenn ihr einen Card Guard habt, packt ihr einfach eure Kartenbox rein und es übt nochmal zusätzlich neben der Kartenbox Druck auf die Karten aus. Und das ist ziemlich robust. Ihr könnt das immer mithaben und eure Karten dann, wenn ihr per Formen rausholen, dann könnt ihr direkt per Formen. Also das ist eine Anschaffung, die könnt ihr machen, wenn ihr wirklich dafür sorgen wollt, dass eure Karten langlebig halten. Und ist auch eine sehr gute Alternative für den Fall, dass ihr Karten wieder zur Benutzung reparieren wollt, sagen wir jetzt mal. Also weil sie nochmal einen extra Druck ausüben und das sehr gut für die Karten ist. Soviel eigentlich dazu. Das sind die wichtigsten Tipps, die für mich immer sehr wichtig sind. Eine andere Sache, die ich jetzt euch vielleicht noch auf den Weg geben kann, wenn ihr eure Karten benutzt. Am Anfang werdet ihr sehr viele Karten kaputt machen, weil wenn ihr Tricktechniken übt oder dann jetzt Cardistry-Techniken, werdet ihr Knicke in die Karten machen. Oder ihr werdet aus Versehen mal eine Karte aus Versehen anreißen oder vielleicht so stark zerknicken, dass der Knick nicht mehr rausgeht. Das wird passieren am Anfang. Also investiert, während ihr übt, am besten in ein billigeres Kartenspiel anstatt eines eurer Custom-Decks. Das ist nur ein Tipp, den ich euch geben kann. Werdet erstmal gut mit den normalen Karten. Und ich habe auch wirklich gesehen, am Anfang waren meine Karten wirklich immer klumpig und das waren halt meine Anfänge. Mein erstes Kartenspiel, was ich hatte, war ein Custom-Deck. Also macht diesen Fehler nicht. Ich musste es über den harten Weg lernen. Aber im Prinzip ist es nichts anderes versucht, euch ein normales Kartenspiel zu holen. Nichts zu teures. Und dann habt ihr eigentlich eine gute Alternative. Und diese Karten werden euch auch nicht enttäuschen. Das sind Bicycle-Karten und das sind eigentlich die besten auf dem Markt. So, nun können wir nochmal kurz darauf eingehen, wie man so ein Kartenspiel, was man gerade auch gemacht hat, anbricht. Gut. Also ihr holt es natürlich frisch aus der Box. Die Flaps würde ich dran lassen an eurer Stelle, weil sie geben nochmal einen extra Druck auf. Das sind die App-Karten. Und hier, wie gesagt, New Deck Order. Und ihr seht, das Deck ist noch ziemlich hoch. Vielleicht merkt ihr auch hier, dass noch ein paar Pappetitzen runterfallen. Das sind einfach nur Reste vom Schneiden der Karten. Okay. Was ich euch als Tipp geben kann, wie ihr so ein Kartenspiel einbricht, ist, reibt es zum Beispiel an eine etwas rauere Oberfläche oder eurer Jeans. Sorgt nur dafür, dass es keine zu schmutzige Oberfläche ist, weil ihr wollt keine Klumpen oder sowas dran haben. Das macht eigentlich nur die Ecken ein bisschen smoother. Sorgt dafür, dass ihr dabei keine Ecken flickt. Ja, ihr könnt es auch beveln und es machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dadurch werden die Ecken ein bisschen smoother. Und ihr könnt wahrscheinlich auch danach, wie ihr es gleich sehen werdet, sehr viel besser einen Farrow Shuffle ausfüllen können. So einen perfekten. Und denkt dran, ich habe jetzt gerade geöffnet die Box. So, nun habe ich gerade einen wahnsinnigen Fehler gemacht. Ich habe das Deck gemischt. Sehr schön. Aber nun, jetzt können wir auch nochmal direkt zum anderen Tipp gehen. Und dann macht irgendetwas mit dem Deck. Also shuffelt. Dann macht von mir aus Strings. Oder Riffle Shuffles. Was ihr wollt, nur kriegt einen Bend in die Karten. Also, dass die Karten leicht gebogen sind. Biegt es nicht nach unten, aber ich mag es sehr gerne, wenn meine Karten so einen leichten Bogen nach unten haben. Und nicht nach oben gebogen sind. Was zum Beispiel passiert, wenn man die Karten zu lange außerhalb der Box liegen lässt. Deswegen ist es für mich auch immer schön, weil ein Riffle Shuffle, ich weiß nicht, ob das auffällt. Aber ein Riffle Shuffle biegt die Karten logischerweise leicht nach unten, wegen der Bridge. Wenn ihr aber so rum Riffle shuffelt, biegen sich die Karten wiederum leicht nach oben. Das gleiche ich dann gerne mit einem Spring aus. Also im Prinzip, wenn ihr ein Deck einarbeiten wollt, macht so um die 20 Springs in die Richtung, in die Richtung. Und ein paar Riffle Shuffles in die Richtung, in die Richtung. Und dann habt ihr eigentlich ein gut eingearbeitetes Karten-Spiel. Soviel dazu. Dieses Deck wird euch eine Ewigkeit halten. Und ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen. Das war's soweit mit Sowerbox TV. Mein Name ist Sofjan und bis zum nächsten Mal. Das war unser Überblicks Video über die Kartenpflege. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit und ciao. Bis heute.